Da. Herzlich willkommen zu Fahrgreif hier mit dem alten hustenden Mann. Das krabbelt schon wieder. Da muss ich glaube ich hin. Da ist irgendwas. Können wir das mal angucken. Das Ding hat zwei Ausgänge. Irgendwie gemütlich. Trotzdem. Da fährt ein Auto draus. Sind bloß keine Fenster drin. Doch hier ist eins. Die sind zu. Hier ist auch eins. Tja. Mal gucken. Ja hier kann ich auch raus. Was ist denn das hier? Außenpostenmeister. Befreie den Außenposten indem du alle Gegner tötest. Bonuspunkte gibt es. Wenn du nicht entdeckt wirst oder keinen Alarm auslöst. E. Halten zum. Besten Liste. Ach deswegen geht das hier immer auf. Das ist so ein Online-Wettkampf. Wettkampf. Na gut. Das interessiert mich nicht wirklich. Hier hinten. Was kann man hier machen? Kirat Fashion Week. Besorge das Fell von Tenzin dem seltenen Rotbund. Für Mr. Cliffens Kleidungsstück. Das kann ich dann annehmen. Kleine Schnapsflasche. Ja das machen wir aber jetzt mal nicht. Wir haben hier genug andere wichtigere Aufgaben. Weißt du das? Ich geh mal schnell gucken. Zigaretten. Ich huste auch schon so. Ich brauch dafür keine Zigaretten. Nein. 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 Hier oben. Au. Hier war ein heißer Kampf. Hier liegen immer noch die Drogen rum. Nur sonst ist hier nichts weiter, ne? Was machen wir? Äh. Äh. Da liegt noch ein Diamant. Oder eine Beutekiste. Die können wir uns ja noch holen. Ja. Was ist das? Vernichte diesen schwer bewaffneten feindlichen Konvoi. Du hättest große Mengen Rupien und kannst gratis deine Munition auffüllen. Ja. Hier haben wir noch Propaganda-Poster. Hier haben wir ja auch noch so ein paar schicke Sachen. Da war ich schon. Man müsste sich so Huten festlegen können. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal mir schnell das Beutelstück um. Wo es ja meine Markierung klingt. Also wenn die hier Auto fahren, ist Vorsicht gebogen. Sorry. Die haben einen recht interessanten Fahrstil. Die Jungs. Hochzeitsfotos. So. Ich will immer nach oben drücken. Dabei muss ich ja nur hier drücken. Unbekannter Ort. Öffne diese. Das sieht mir ein bisschen gefährlich aus. Um dahin zu toben. Wir werden uns diesen Diamanten holen. Und dann werden wir dahin weiterreisen. Und das machen wir natürlich mit einem Fahrzeug. Und liegen die hier alle rum. Ich war... Das Auto ist kaputt. Kann ich das vielleicht reparieren? E halten zum Reparieren. Das kennen wir auch noch aus dem Koop. Nein, die will ich nicht. Nein, die will ich nicht. Die will ich, genau. Dann fahren wir mal ein bisschen Auto. Die Kletter sammle ich nicht mehr ein. Ich hab genug. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe ein Buch hinzu. Ich weiß gar nicht mehr, wann jemand zum letzten Mal etwas Gutes über den Nordteil von Kürat gesagt hat. Ich meine, die ganze Region steht, solange ich mich zurückerinnern kann, unter Pargangskontrolle. Ich hab gehört, dass es dort sogar Gulaks für unerwünschte Personen gibt. Was soll das eigentlich heißen? Unerwünscht. Das ist so ein praktisches Wort. Das kann alles bedeuten. Von einem, den man einfach nicht mag, bis zum Freiheitskämpfer, der Kürat zu einem besseren Ort machen will. Also ich finde eine Menge Dinge unerwünscht. Kacke ist unerwünscht. Ich wünschte, ich müsste nie kacken, um ehrlich zu sein. Ich meine, das Essen hier ist nicht gut für die Damenbewegung. Was ist noch unerwünscht? Mädels, sie zu gereden. Kacken ist nicht unerwünscht. Na, interessant. Könnte fast von mir sein. So, dann wollen wir mal gucken. Hier irgendwo. Und wieder hoch. Die sollen von so einem blöden, komischen Fisch... Ah, da muss ich mich mal schlau machen. Da ist eine Strafexpedition. Eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Auf Einfischung ist... Die kann ja jetzt auch im Sprinten nachladen. Oh, sind das feige Schweine. Aua. Ey. Au. Meine Rüstung. Mit C kommt man ans Geschütz. Aha. Ich glaube, die sind hier lang. Wo sind die hin? Wo sind die hin? Ich weiß gar nicht mehr, wann jemand zum letzten Mal etwas Gutes über den Nordteil von Kürat gesagt hat. Ich meine, die ganze... Ja, das haben wir aber letztes Mal schon gehört. Läuft am Band. Wartet mal kurz. Da muss ich lang. Gut, dann müssen wir am Nilfeld vorbei. Nil fährt vorbei. Die Nilpferd am Nasroth. Da, 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 da. Das ist so ein praktisches Wort. Das kann alles bedeuten. Von einem, den man einfach nicht mag, bis zum Freiskämpfer, der Kürat zu einem besseren Ort machen will. Also ich finde eine Menge Dinge unerführend. Kacke ist unerwünscht. Oh. 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 Kann ich jetzt mit dir wieder absteigen? Ja. Nee. Halt. Ich geh erstmal hier oben lang. Ich hab da unten nämlich... ...das dicke Viehren sehen. Da ist ein Schildgriff. Haha. Nix da. Oh ne, ist nur raub. Ich dachte schon. Ein Gott oben. Oh. Kacke. Ich hab's gesehen. Mit seinem Auto sollte man hier hochfahren. Wartet mal. Ich will jetzt nur mal... Da ist ein Elefant. Aber die sind ja... Die tun mir ja nix. Aber die Nilpferde... Ich werde es mal vertreiben. Bleibt es jetzt auch weg? Nee. Kamera. Das kommt wieder zurück, ne? Ich will endlich so Nilpferd. Oh, nicht so laut. Die Geier sind auch schon da. Gut. Tun wir nix. Trau mich bloß nicht. Ich könnte ja... Ich könnte ja... ...jetzt so einnehmen. Das ist auch grün, ne? Und damit in diese Richtung fahren. Ich glaub mir hier nicht mein Auto. So laut kann ich ins Wasser. Uh, nicht über die Schilddrücke. Ich werde doch hier nicht über Schildi fahren. Hier ist aber kein Nilpferd. Äh, kein... Warum sag ich immer Nilpferd? Nasrohan. Das ist weg. Immer wenn es merkt, dass es gefährlich wird... ...verdrückt sich dieses Feigevieh. Die Autos mit den Geschützen oben drauf... ...die gab es doch schon in... Ja. Da. Endlich. Oh. Scheiße. Scheiße, schon wieder. Ist es weg? Ich will mein Pelz. Den hab ich mir sauer verdient. Beuteltasche fast voll. F2. Eine Sprengstofftasche. Schneelöpfe. Leopardenfell. Hat der aber aufgeräumt. Scheiße, ich hör's. Schnell hier hoch. Komm, 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 komm. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Oh. Oh, da war noch ein anderer. Lauf, 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 lauf. Da ist es. Da. Uh. Das gucken wir uns mal von oben an. Ich hab was vergessen. Es gab's auf. Ah. Ah, Mist, 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 Mist. Weg, weg, weg. Ich hab laufen gedrückt. Oh, 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 oh. Oh, zwei, oh. Oh, ah. Weil ich. Schnell weg, schnell weg. Aber ich wollte hier, glaube ich, sowieso hin. Oh, schnell, 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 schnell. Ich heil mich gleich. Ja, es ist, glaube ich, nicht gut, was ich hier immer mache. Erstmal eine Spritze. Wir haben ja genug. Keine Blätter sammeln. Solange wieder spritzen automatisch. Das ist diese kleine Plus-6-Dingen da. Huch. Erzeugt werden. Ist alles gut. Nicht runterfallen jetzt hier. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Da wollte ich hin. Da sollte nämlich noch ein Panzer liegen. Äh, sollte. Tut's aber nicht. Warum blinken da jetzt? Hier liegt gar nichts mehr. Na gut. Gucken wir auf der Karte. Das ist hier hinter mir. Hier oben irgendwo. Kann ich denn hier klettern? Hier kann man da hoch. Da hinten muss das sein. Wir gehen mal hier rum. Dann schaue ich mal. Hier ist aber nichts zum Klettern. Da oben drauf ist es. Wo komme ich denn da hin? Mist. Ich höre hier einen Händler klappern. Also wirklich eine Chance hat man nicht da rauf zu kommen. Da sind die beiden Baggerluden schon wieder. Ich bin umschingelt. Ja, haut ab. Nimm die Schnellreise. Oh, aufpassen. Aggressive Viecher. Aber bin ich ja auch. Ich komme da nicht so ganz hin, glaube ich. Vielleicht finde ich jetzt hier... Habe ich denn hier unten jetzt Ruhe? Was ist das da? Ah, ein Gleiter. Da fährt einer Auto. Was ist das da? Ah, eine Aufgabe, glaube ich. Kann das sein? Mal schauen. Ach, das ist dieser Ort hier. Beutekiste. Der ist noch. Aber wartet mal. Was habe ich denn da gesehen? Also, die sind hier bei mir ganz in der Nähe. Das sind nur eure Flügelschläge, ne? Hier ist was zum Klettern. Und hoch mit dir. Aha. Ist das da oben, wo ich hin muss? Geisel. Geisel. Aha. So, vorsichtig. Ich habe ein Gebüsch gesucht. Ein Gespenst? Oder was habe ich da gehört? Ich bin doch kein Gespenst. Das sind nur die beiden. Ich muss das nicht wieder vertieren. Hm. Ich glaube, ich fall gleich auf. Meine Pfeile. So, Moni. Ich bin schon sicher, dass ich sterbe. Nö, nö. Ich schulde dir was. Nein, es ist schon gut. So. Ein Teil der Ernte holt sich der goldene Pfad. Der Rest wird gestohlen. Und für uns bleibt nichts. Oh, das hört er sich nicht so glücklich an. Bauern und so sind sowieso auch immer die. Was habe ich denn hier entdeckt? Führers Schlummer. Oh, da. Guckt mal. Mittendrin. Faszinierend. Gehe halten, um zu interagieren. Verlorener Brief gefunden. Nur noch 20 bis zur nächsten Belohnung. Äh, drei. 20 Stück gibt es insgesamt. Hier ist ein Benzinkanister. Also, ich bin jetzt, glaube ich, da, wo ich hin wollte, ne? Ja. Hier ist aber auch noch eine Ecke. Oh, was war das? Das ist die Lampe. Aber sind das, äh, das sind Panzerfäuste oder? Ne, das sind keine Panzerfäuste. Was erzähle ich da? Für Herr des Gefangenen Dahargi. Royal Army R-I oder R-E oder R-A. Was ist euer nächstes Ziel? Gefangener. Ich weiß es nicht. R-A. Was ist euer nächstes Ziel? Einsatz von Zwangsmaßnahme 1. G schreit. Die T-Farm. Wir wissen, dass ihr dort Opium herstellt. R-A. Wann soll der Angriff stattfinden? G. Ich schwöre bei Banner Schuhe. Ich weiß es nicht. R-A. Einsatz von Zwangsmaßnahme 2. Ich glaube dir. Empfohlenes Vorgehen. Bewachung der T-Farm verstärken. Was glaubt er Ihnen? Dass er die Wahrheit gesagt hat. Das sind so eine Pilze. Habe ich gesagt, ich sammle jetzt erstmal keine Pflanzen mehr. Ich habe genügend. Jetzt hat er wieder das Licht ausgemacht. Ist hier oben noch irgendwas? Ne, da komme ich sowieso nicht hoch. Oh. Hübsch. Jetzt gehen wir mal hier. Halt. Jetzt lassen wir mal ihn fliegen. Wo fliegen wir denn hin? Wo bin ich denn jetzt? Da oben. Da müsste ich hin. Halt. Halt. Ne, hier. Hä, was war das? Solltest du trotzdem abstürzen, benutze deinen Wingsuite. Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bin wohl irgendwo gegen geflogen. Eigentlich habe ich jetzt drauf gewartet, dass ich ein Fallschirm ziehen soll. Habe ich denn die Sachen? Die Sachen habe ich. Denken wir jetzt nicht drüber nach. Achso, das war jetzt schnell verkauft. Jetzt habe ich die ganzen unwichtigen Sachen verkauft. Gut. Gut. Ja, bei Waffen gibt es noch so einige Sachen. Zum Beispiel bei einzigartiges. Die hier ist hochinteressant. Die hole ich mir jetzt mal. Was ist denn das? Aha. Du kannst den Aufsatz dieser Waffe nicht wechseln. Die kaufe ich mal. Gekauft. Dann setze ich die mal dafür ein. Am nächsten Waffenschrank kann ich sie ja nie tauschen. Achso, die hat auch Aufsätze. Gut. Gut. Aber dann mache ich jetzt hier gleich eine Pause. Hier wollte ich hin. Hä? Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Ist hier so ein Ding eigentlich? Nein, ist hier nicht. So ein kleiner im Kopf der. Das machen wir in der nächsten Folge. Die Maske muss ich noch haben. Und die Beutekisten. Dann habe ich die Stelle auch. Und das ist ja auch ein geheimer Ort. Und hier ist noch ein unbekannter Ort. Hier ist noch ein unbekannter Ort. Hier kann man aber lang fahren. Denn hier hin und hier hin. Und was ist das? Ich soll eine Mission für Hörg übernehmen. Dann gucken wir uns das mal an. Das ist jetzt erstmal so der Plan. Aber erstmal geht es hier hin. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.